Ich hatte jahrelang extrem niedrige Selbstbewusstsein und habe dadurch fast mein Leben ruiniert. Meine Vergangenheit war geprägt durch Selbstzweifel und dem Gefühl, der größte Versager zu sein. Ich hatte dadurch unzählige Probleme in den verschiedensten Lebensbereichen und heute möchte ich dir erzählen, was da genau war und was mir geholfen hat, endlich ein starkes und stabiles Selbstbewusstsein zu bekommen. Ich hatte einfach ständig mit Selbstzweifeln Blockaden und auch Selbstsabotage zu kämpfen. Im sozialen Bereich hatte ich enorme Schwierigkeiten, Freunde zu finden und war immer ein Außenseiter und hatte deshalb auch ständig diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug und habe mir auch permanent Sorgen gemacht, dass andere in irgendeiner Form schlecht von mir denken. Ich habe deshalb auch immer versucht, meine Schwächen zu verstecken und war extrem getriggert, wenn ich Fehler gemacht habe oder wenn ich von anderen kritisiert worden bin und habe deshalb auch so eine Fassade aufgebaut, habe immer versucht, mich besser darzustellen, als ich eigentlich war und das hat natürlich alles andere als gut funktioniert, sondern hat eher dafür gesorgt, dass ich immer extrem unbeliebt war und ständig Konflikte mit anderen hatte. Ich habe mich auch permanent mit anderen verglichen. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich in der U-Bahn gestanden bin, habe ich mir immer gedacht, der Typ ist hässlicher als ich, der ist schöner als ich, der ist schöner als ich, der ist hässlicher und auch auf Social Media habe ich mich ständig verglichen oder auch in anderen Bereichen und habe mich dann immer selber runtergemacht, hatte permanent das Gefühl, mit anderen nicht mithalten zu können und einfach eben nicht gut genug zu sein. Und das alles war nicht nur richtig beschissen unangenehm und beschämend, sondern hat auch meinem Leben massiv geschadet. Weil mein Sozialleben war, wie gesagt, schon nicht existent. Ich hatte kaum Freunde, war immer der Außenseiter, hatte ständig Konflikte und bei Frauen ging auch absolut gar nichts. Ich hatte dadurch einfach ein extrem negatives Selbstbild und habe mich einfach mit mir extrem unwohl gefühlt und mich wortwörtlich für mich permanent geschämt. Und dadurch ist es mir natürlich auch ziemlich schlecht gegangen. Und um diese ganzen negativen Gedanken und Gefühle zu betäuben, habe ich auch immer mehr negative Gewohnheiten aufgebaut. Ich habe extrem viel Alkohol, täglich Alkohol getrunken, extrem viel geraucht, Junkfoods, Energydrinks, Pornos, den ganzen Tag mit irgendeiner billigen Unterhaltung verschwendet. Und wie du dir vorstellen konntest, haben mich andere Leute dann auch überhaupt nicht respektiert oder ernst genommen. Und auch meine Motivation und meine Energie hat darunter extrem gelitten. Bis an den Punkt, dass ich massive Schwierigkeiten hatte, meinen Arsch hochzukriegen und Dinge durchzuziehen. Das ist auch noch verschlimmert worden durch diese ständigen Selbstzweifel oder negativen Gedanken. Das wird sowieso nichts. Ich kann das eh nicht. Ich bin sowieso nicht gut genug. Ich kann mit anderen nicht mithalten. Das heißt, ich habe dann Dinge auch einfach überhaupt nicht mehr umsetzen und durchziehen können. Und an so einem Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich eben überhaupt keine Kontrolle mehr über mein Leben hatte hohe Schulden und so weiter, habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich geschafft, mein Leben zu verbessern. Ich habe bessere Gewohnheiten aufgebaut. Ich habe bessere Denkweisen aufgebaut. Habe mein Sozialleben verbessert. Habe sportlich mich weiterentwickelt. Habe mehr Geld verdient. Aber was ich dann festgestellt habe, ist, dass ich mich einfach immer noch genauso beschissen wieder vorgefühlt habe. Ich hatte einfach immer noch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Habe mich ständig mit anderen verglichen. Habe immer noch diese Selbstscham gehabt, diese ganzen Selbstzweifel. Habe ständig Sorgen gehabt, dass andere irgendwie negativ von mir denken. Ständig die Angst, dass ich eh wieder alles an die Wand fahre. Das heißt, mein Leben war trotz der besseren Ergebnisse immer noch so ein ständiger Kampf. Ein Kampf gegen mich selber oder gegen Selbstzweifel. Und ich habe immer wieder mit Selbstsabotage-Mustern zu kämpfen gehabt oder dass ich zurück in irgendwelche alten Muster gefallen bin. Egal, was ich versucht habe, die unzähligen Inhalte über Selbstbewusstsein, die ich mir angesehen habe, die ganzen Übungen, Videos, Podcasts, Bücher, Kurse, die ich durchgearbeitet habe. Egal, was ich gemacht habe, es hat einfach nicht geholfen, dass ich mir endlich ein hohes Selbstbewusstsein aufbauen konnte. Ich hatte immer noch den ständigen Gedanken, ich bin nicht gut genug, hatte mit Selbstzweifeln, inneren Blockaden oder Selbstsabotage-Mustern zu kämpfen. Und es hat sich einfach gefühlt, wie als wäre ich so einem Gummiband festgebunden und je weiter ich in meinem Leben gehe, umso anstrengender wird es und irgendwann zieht es mich immer zurück in diese alten Muster. Zu dem Zeitpunkt bin ich dann in ein richtig tiefes Loch gefallen, weil ich habe mir immer gesagt, naja, wenn ich endlich sportlich bin, dann ist alles gut. Ja, und dann habe ich das geschafft, dann habe ich mir gesagt, naja, wenn ich endlich bei Frauen gut ankomme, dann ist alles gut. Und dann habe ich das geschafft, dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich endlich Geld verdiene, finanziell unabhängig bin und da nach meinen Vorstellungen leben kann, dann ist alles gut. Und dann habe ich das auch geschafft und dann habe ich festgestellt, nix hat sich verändert. Ich fühle mich genauso wie davor, es ist immer noch genauso anstrengend, die gleichen Gedanken, die gleichen Gefühle. Und das hat mich richtig fertig gemacht, wo ich mir gedacht habe, so war jetzt alles umsonst, habe ich mein Leben verschwendet und durch Zufall habe ich in der Zeit dann jemanden entdeckt, der genau diese Situation beschrieben hat von seinem Leben, wo ich mich extrem wiederfinden konnte und wo ich endlich herausgefunden habe, was eigentlich dieser Ursprung, dieser Selbstzweifel, dieses niedrigen Selbstbewusstsein ist und habe dadurch eine Erkenntnis gehabt, die dann mein Leben nachhaltig verändert hat. Nämlich die Erkenntnis, dass man Selbstbewusstsein nicht aufbauen kann, sondern man kann nur die Dinge loswerden, die das Selbstbewusstsein zerstört hat und dann hat man automatisch wieder hohe Selbstbewusstsein. Weil wir kommen ja ohne Selbstzweifel auf die Welt. Als Kinder trauen wir uns alles zu, sind komplett fein mit uns selber, aber dann durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, wir werden kritisiert, wir werden abgelehnt, wir werden ausgegrenzt, uns wird irgendwie eingetrichtert, dass mit uns was nicht stimmt, dass irgendwas inakzeptabel ist. Und dann kommen immer mehr diese Erfahrungen dazu, dass wir denken, ich bin nicht gut genug, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin nicht intelligent, nicht schön, nicht attraktiv genug, ich kann nicht dieses, ich kann nicht jenes und so weiter. Das heißt, wir bauen einfach immer mehr diese negativen Überzeugungen über uns selbst auf. Und mit der Zeit werden diese Überzeugungen dann immer mehr zu unseren Wahrheiten und verankern sich immer tiefer in unserem Unterbewusstsein und wir beginnen uns dann auch im Einklang mit diesen Überzeugungen zu verhalten und dann startet auch diese unterbewusste Selbstsabotage. Und durch diese Erkenntnis habe ich eben eines verstanden, nämlich der einzige Weg, um wirklich starkes und stabiles Selbstbewusstsein aufzubauen, ist es eben herauszufinden, wie diese Selbstzweifel überhaupt erst entstanden sind und sie an der Ursache, am Ursprung wirklich aufzulösen. Schau, diese Überzeugungen sind ja durch schmerzhafte Erfahrungen entstanden, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe mich blamiert, wurde abgelehnt, ausgegrenzt, andere haben sich lustig über mich gemacht, haben schlecht über mich geredet, ich wurde zu Dingen, die mir wichtig waren, nicht mit eingeladen, wurde ständig kritisiert, nicht ernst genommen, beim Sport immer als letztes gewählt oder die Mädchen, die ich attraktiv fand, haben mich immer abgelehnt. Und da entstand eben dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, nicht sympathisch genug, nicht stark genug, nicht schön genug. Und solche Erlebnisse gehen ja mit starken, extrem unangenehmen Emotionen einher und die sind eben oft auch noch in unserem Nervensystem gespeichert. Das merkt man ja daran, wenn man gedanklich in diese Situationen zurückgeht oder in ähnliche Situationen kommt, dann wird das getriggert und innerlich zieht sich schon alles zusammen, man hat irgendwie so ein ungutes Gefühl im Bauch, in der Brust, im Hals, im Nacken oder irgendwo im Körper, also da entstehen ja richtig unangenehme körperliche Reaktionen. Das heißt, diese emotionale Ladung, die in unserem Nervensystem gespeichert ist, die ist es, die eben noch diese ganzen negativen Gedanken und Selbstzweifel weiterhin aufrechterhält. Und wenn man die mal auflöst, dann verschwinden diese ganzen Selbstzweifel, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor dem Scheitern, Schwierigkeiten, Nein zu sagen, diese ganzen Trigger automatisch und man hat endlich hohes und stabiles Selbstbewusstsein. Das heißt, ich habe dadurch verstanden, dass der einzige Weg zu hohem Selbstbewusstsein und die ganzen Blockaden, die damit einhergehen, loszuwerden, ist, diese emotionalen Themen aus der Vergangenheit aufzulösen. Und ja, das macht nicht unbedingt viel Spaß, aber das zu machen, hat mein Leben einfach nachhaltig komplett verändert. Nachdem ich das Ganze gemacht habe, hatte ich das erste Mal so richtige Leichtigkeit in meinem Leben. Diese ständige Selbstkritik, die Unsicherheiten und die Scham sind dann einfach verschwunden. Ich konnte unbeschwert auf andere Menschen zugehen und die Interaktionen waren einfach auch viel besser, weil ich einfach viel lockerer und authentischer war. Ich konnte dann auch ohne Probleme vor anderen Leuten sprechen, hatte viel mehr Energie und Motivation. Es ist viel leichter gefallen, Dinge durchzuziehen, ohne diese ständige Überwindung. Ich war seitdem auch viel entspannter und nicht ständig so getriggert und habe mich deshalb auch weniger mit anderen Leuten gestritten. Kein ständiges Vergleich mehr und auch keine Zweifel oder die Angst zu scheitern, selbst wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Und auch die Sorge, was andere Leute denken, war dann komplett weg. Und das Geilste daran war, das war auch wirklich permanent, ohne ständig irgendwelche Übungen machen zu müssen oder ständig wieder in alte Muster zurückzufallen. Im Endeffekt hat mir das alles geholfen, einfach viel mehr Freiheit und Unabhängigkeit in meinem Leben zu bekommen. Ein erfüllteres Sozial- und Liebesleben, ein sehr lukratives Online-Business aufzubauen, über 10 Millionen Aufrufe auf YouTube zu generieren, außergewöhnliche Menschen kennenzulernen und vor allem einfach viel mehr Lebensqualität und Lebensfreude. Und damit auch du in Zukunft endlich hohe Selbstbewusstsein bekommst, die Angst vor Ablehnung, vor dem Scheitern oder vor Kritik endgültig los wirst, Selbstzweifel, und Selbstkritik oder Scham hinter dir lässt. Dafür zeige ich dir Schritt für Schritt die Erkenntnisse und Methoden, die mir und mittlerweile auch hunderten meiner Kunden geholfen haben, ein hohes und stabiles Selbstbewusstsein aufzubauen und Selbstsabotage hinter sich zu lassen. Ich habe dafür ein exklusives, kostenloses Webinar erstellt, wo ich dir genau das zeige. Klick dafür einfach hier auf die Endcard, um dich auf der nächsten Seite dann für das Webinar anzumelden und den wichtigsten Schritt für ein starkes Selbstbewusstsein zu machen. Bis dahin, dein Dominik.